Hallo, ich grüße euch, ich bin's, im Fahren gehen wir da und ich bin der Gruppenführer, hat er gesagt. Manche führen, manche folgen. Na gut, ähm, bei dem Tisch wählt man doch mal die Mission aus. Ich weiß nicht, was du jetzt bei dem Tisch machen kannst, ob du was machen kannst. Er ist beleuchtet. Er ist beleuchtet, okay gut. Und wenn du Tab gedrückt hältst, hast du da eine Einsatzbesprechung und deine Details. Verhaften oder neutralisieren Sie jeden Kontakt am Tor, dort retten Sie alle Zivilisten. Crystal Layton finden. Und dann Einsatzbesprechung, dann hast du die Verdächtigen zum Beispiel. Das ist alles nur halt Zusatz her. Wie rassistisch, Alter, dass das lauter Schwarze sind. Lauter Schwarze und ein Araber. Am wichtigsten ist die Karte. Die Karte da unten haben wir sie. Okay. Um zu wissen, was eh wo, dass wir... Also ein Plan, ein guter Plan, ungefähr wenn man durchgeht, ist, sag ich einmal schon wichtig. Und wie kommen dann einen der vier Eingänge rein, schätze ich mal? Ja, wir starten quasi draußen vor der Tankstelle und dann geht's los. Zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, was zum Beispiel aus taktischer Sicht, was ich schon gelernt habe. Wenn wir jetzt gleich eins, also beim Haupteingang reingehen würden, siehst du, viel freie Fläche. Ja. Das heißt, viel mehr Gefahren. Bei drei habe ich auch. Genau, drei zum Beispiel auch. Bei zwei ist es wirklich, du startest gleich einen Raum. Und bei vier startest du auch in einen Raum rein. Das heißt, du bist schon mal sicherer drinnen. Du kannst natürlich auch einfach Front reinbrettern. Das ist natürlich auch möglich. Okay. Wenn du in die zweite Piste drückst, dann drückst du Y. Okay, Waffen kann man nicht wählen, soll ich sagen. Oh ja, Waffen gibt es in der Waffenkammer. Waffenkammer hier. Warte mal. Stop. Waffenkammer da. Steppe, da kann man wirklich nicht laufen. Also das ist Waffenkammer, Ausrüstungskammer. Da musst du alles. Nehmen. Besten. Oh, man hat da eher eine... Heute hat man da keine Schaltdämpf, völlig. Kannst du machen. Was hast du denn du als taktische Ausrüstung? Ganz unten. Boah, jetzt bin ich hier mit dem ich rausgegangen. Videoskop und Blendschutzbrille habe ich da stehen. Okay, dann nehme ich was anderes. Ich habe auch das Videoskop drin. Nehme ich mal die Tür öffnen, Schrot. Bin da ja noch nicht getestet. So. Blendschutzbrille. Ah, da kann man die Waffen wählen. Bist du aber dort mal gleich alle Waffen frei? Mhm. Ich glaube, es ist so, dort kann nicht alle Waffen zur Verfügung. Stimmt. Ich lasse das mal in Standard. Welche ist Standard? Die MK18. Okay. Ich habe die F90. Und da bin ich sehr zufrieden bis jetzt. Mhm. Na gut. Ich bin bereit, wenn du bereit bist. Ähm, ah ja. Was ich jetzt sagen wollte, wegen diesem, dass wir uns abwechseln halt, wer quasi der Gruppenleiter ist. Mhm. Weil, manche Situationen muss dann etwas schneller gehen. Mhm. Also du hast, du kannst schon, weißt du, in dem Raum entstehen und sagen, hey, gehen wir so vor oder so vor. Aber währenddessen brennen die alles weiter. Das heißt, auch die Gegner, die bewegen sich auch. Das heißt, die gehen auch Räume weiter, sperren Türen zu. Setzen Sprengfallen. Was nur die machen. Auch teilweise was. Stehen nicht nur da. Mhm. Ich verstehe, das heißt, da muss das dann quasi schnell gehen. Mal sehen, wenn dann, dann ist, kann natürlich, wenn wir uns verbarrikadieren, können wir schon überlegen, gehen wir so, gehen wir so, ja. Aber es ist, glaube ich, zielführender, wenn einer sagt, machen wir so, so, so. Wenn es nicht klappt, okay, dann kann man sagen, bei einem nächsten Durchgang machst du es du. Ja, oder wenn du denkst, das ist ein kompletter Schwachsinn dann irgendwann, ja, dann kannst du gleich sagen, nein. Also dann. Mhm. Ich habe das schon gemerkt, auch wenn ich Solo spiele und dann überlege, auch wenn ich die fünf anderen habe. Manchmal bin ich auf der Karte, auf einmal beginnt die Action, weil irgendwo eine Tür aufgeht. Ja, dann geht's los. Dann hörst du nur mit BAM 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 BAM, während du auf der Karte bist. Okay. Wartest du wieder das, wo ich meine Waffe nicht halte, sondern sie fliegt? So. Das schaut geil aus. Entry Team, Suspects haben in der Region genommen genommen und haben versucht, zu kooperieren. Okay, dann mal schauen, ob sie überläuft. Okay, mit dem Waffenrad kann man nicht die Waffenrad wechseln. Uh. Entschuldigung. Ich glaube, jetzt sind sie aufmerksam geworden, sicher. So. Alter, warum kann man gleich die Waffen nicht mit dem Waffenrad wechseln? Was ist denn? Du kannst... Weil du mit dem Waffenrad eigentlich die Befehle gibst. Im Normalfall. Ja. Beispiel hier, das ist dieser Einser-Eingang quasi. Was? Ja, das ist die frontale Geschichte. Das sehe ich schon an Zivilisten auf jeden Fall durch, aber ich würde einen Bogen mal um den machen. Links oder rechts? Oder was ist denn da an Zivilisten? Was hast du gesagt? Was ist denn da an Zivilisten? Da, ich bin hinter der Tür. Ich werde auf jeden Fall stimmen. Ja, habe ich auch gehört. Da vorne selber. Der hat eine Waffe, glaube ich. Aber er macht nichts. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht getroffen. Er ist nach links weg, auf jeden Fall. Ich bin bei uns links. Ja. Was ist, rechts ist da eine Tür? Ich glaube, er ist hinter die Garage gegangen. Was ist denn, ich bin schocken. Ich dachte, du bist bei ihm vorbeigegangen. Er liegt. Ach, habe ich ihn doch getroffen. Oder du hast ihn getroffen. Keine Ahnung. Hast du auch auf ihn geschossen? Ich habe auch geschossen, ja, aber... Hast du ihn durchgebrochen? Ich glaube nicht, dass ich ihn... Ach so, da kann man nirgends drüber springen. Man kann leider nicht springen, ja. Okay, das ist sehr starr quasi. Und du sollst bei dem was looten jetzt, oder was? Ich habe ihn festgenommen. Und der ist eh schon tot, oder? Ja, aber... Es gibt welche, die sind verletzt, die schreien, und dann greifen sie nochmal zur Waffe. Tja, schaut er den an. Ach so, das ist eine Pappfigur. Ja, bei dem habe ich ihm gedacht, bist du vorbeigelaufen zuerst. Vorsicht. Sind wir da jetzt nur zu zweit, quasi? Ah, okay. Step, oder? Das ist auf jeden Fall ein Badezimmer. Links ist die Tür offen. Ich gehe mal vor. Sollte man die WCs nicht durchsuchen? Ja, ich mache nur da die Tür zu. Da auch, oder? Das ist die WCs immer safe. Oh, warte, ich bin angehittert worden. Ich gehe mal kurz zurück. Aber es ist nur sowas zum Beispiel. Das war eigentlich taktisch für mich unglücklich. Ich bin das einfach nur herumgestanden und habe da zugelassen. Okay, sehr schön. Gehen wir da gleich weiter, wenn er uns schon die Tür öffnet. Aber hauptsächlich Heilung? Ähm. Nein. Wenn du stark verwundet bist, hast du noch drei, vier Sekunden Zeit, den Verband... Oh, hinter uns. Hinter dir. Oh. Du bist dort, ja. Fuck. Du hast ja noch drei, vier Sekunden Zeit, einen Verband zu setzen. Okay, das ist jetzt so schnell gegangen. Hoppala. Ja, aber jetzt siehst du, wie schnell es gehen kann. Wir bewegen sich die ganze Zeit. Das heißt, wir hätten vielleicht die Tür zu machen sollen. Das ist halt dann schwer zu sagen. Einer muss hinten absichern. Jetzt schaust du mir zu, oder? Ja, aber die Sicht ist heavy. Jetzt kommt, glaube ich, einer hinter mir auch noch. Roll in. Gut. Ich weiß nicht. War jetzt nicht so erfolgreich. War jetzt nicht so erfolgreich, erst der Dings. Ich muss sagen, ich habe mich bei dem Spiel wenig informiert. Aber ich habe gewusst, das ist geil. Also, schon Videos und so geschaut. Aber da ist irgendwie nicht so rausgekommen, dass man wirklich so unbeweglich ist. Naja, unbeweglich. Desto schneller du bist, umso... Ich treffe mich um, zack, 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 zack. Schau mal. Na gut, dann ist da eine Empfindlichkeit hoch drin. So, aber... Jedes Spiel ist so. So, warte, aber Empfindlichkeit. Wo haben wir Empfindlichkeit? Haben wir bei Styro? Nein, haben wir bei... Bei Gameplay eigentlich. Genau, bei Maus. Die muss ich hochstellen, klarerweise. Was war, war Standard? Hm, war Standard. Ja, was war Standard? Was war Standard? Na, was hast du so weit zurückgedreht? 032 war Standard. Echt? Mhm. Wieso, was hast du? 025. Oder ist das so höher, langsamer? Steubert oder jetzt? Uah, uah, uah. Was habe ich jetzt gestellt? Jetzt habe ich es auf 83. Das ist zu viel. Um 60. 060 meinst du das? 060 habe ich jetzt. Ja. Dann haben wir nur 50. Sehr schön. Wo bin ich jetzt mehr rechts? Ja. Wie gesagt, ich bin hier auch offen. Er ist beim ersten Ziel, dass ich schon vorbeigegang. Ich dachte, bei denen muss man nichts machen. Das ist schon tot. Oder was hast du da gemacht? Ähm, du musst auch manchmal durchgeben, dass das ein Zivilist verletzt ist, verwundet. Ach so. Mit F? Dann machst du diese Sprüche, aber seh. Hände über den Kopf. Waffe fallen lassen. Weil manchmal machen sie es dann vielleicht. Zum Beispiel der hinten hat er uns angesehen. Und als er gesagt hat, zu Bob, der Weapon hat er die Waffe gezogen. Zum Beispiel. Ja. 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 Möchtest du vorgehen, oder? Ist. Mit diesem Videoscope, was du hast, kannst du zum Beispiel unter Türen durchschauen. Videoscope? Äh. Deswegen habe ich gefragt, was du hast, dass wir unterschiedliche... Du musst hingehen. Raus, Alter. Dann kannst du unten durchschauen. Jetzt die Tür und dann unten. Da kannst du auch hinter Ecken verwenden, wenn du an die Ecke knapp gehst. Kannst du auch hinter Ecken schauen. Okay, das ist weißer Rauch. Ein bisschen. Also die Kühlkammer, so wie es ausschaut. Okay. Ja, gehen wir. So, wie habe ich jetzt den Schussmodus umgestellt? Okay, das ist klar. Ja. Kommt, einer. Sehr schön. Sehr stark. Gut reagiert. Danke für die Warnung auch. So. Ich habe gehört, wie er was gesagt hat. Wie stelle ich da jetzt Feuermodus um? Was kann ich jetzt ehrlich gesagt nie? Entschuldigung. Nein, nein. Und schon wieder verkackt. Geben wir es nicht, geben wir Granate. So, machen wir kurz da nochmal zu. Ja. Und wir machen noch die Impflichkeiten ein Stück. Mann, 0,40. Mann. So, ich schaue noch schön. Wie stelle ich das um? X. Ah, danke. Krass. Klar. Wenn du R gedrückt hältst, dann siehst du unten, wie viele Magazine du noch hast. Ja. Weil du hast... Wie viele Magazine. Ja. 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 Police! Get down! Da gehört sich nicht, ich geh mal. Haben wir uns jetzt ehrlich ein bisschen selber wieder geheilt? Wegen der Granate? Das war ja keine Granate. Du hast keine Granaten. Du hast nur... Ähm... A-Bahn links. Ähm... Blend Granaten hast du noch. Blend oder... Oder... Ähm... Wie hast du denn die anderen? Wie hast du denn die anderen? Blend, Gas und... Ach so, ich hab... Ja, nee. Wow. Hast du ihn? Ja. Ist er stark? Ich hab den grad verhaftet, da. Der hat auf einmal nicht die aufgemacht. Ja, ich geh rechts weiter. Ah, da ist uns eine Geisel. Ja, ist er schön. Aber die kann nix. Ja. Ach so, das ist ein... Den nehm ich fest jetzt. Du tust alle Zivilisten festnehmen. Ach so. Du musst sie auch festnehmen. Manchmal rennen Zivilisten nämlich auch weg. Das heißt, du musst manchmal echt abschätzt, das ist ein Feind oder ein Nicht-Feind. Mhm. Ich hab jetzt hier einen Zivilisten. Ähm... Ja, wir warten auf dich. Ich bin auf dem Fenster. Ich bin auf dem Fenster. Ja. Wir sind nicht hier für dich. Von der Deckung, bist du durch? Ja. Ähm, du musst nämlich... Auch aufpassen. Mach ich mal... Feinde geben auf. Warte, ich hör was. Ja. Ja. Heute, der grad... grad davon. Hat kein Problem mehr. Kann ich ihn ernst rüberziehen? Mann, darf ich nichts. Ähm, was ihr jetzt sagen wollt? Ähm... Vorsicht! Ist das stark? Boah, sorry. Jetzt musste ich hier gehen. Ich glaube, du hast eine... ...heißel umgebracht, ja. Fuck. Das hat jetzt so ausgesehen, ...als würde ich mich ja parkieren wollen. Ja, ja. Ich muss sagen, du musst... Du hast dich gesehen, da war eh auch einer. Aber du hast anscheinend beide erwischt, ja? Nein, zuerst... ...zuerst sind sie mir listen, aber... Achso, okay. Gut, nimmst du die fest? Ich nehm den da hinten fest. Ja. Sehr schön aber jetzt. Jetzt haben wir uns sehr gut gemacht. Ah, das ist mein Zivilistenjagert. Ja, macht nichts. Wie gesagt, man... ...und man kann ja eine Mission öfters durchspielen auch. Gibt jetzt da eine Note. Wir müssen... Was haben wir denn jetzt noch? Schauen wir noch kurz nach. Ah, da hab ich schon eine Anfrage. Ich habe... ...und Marktleiter finden. Ich verletzt bin. Genau. Und das Rote? Ist Verletzung, ja. So, ich dachte, den habe ich jetzt... ...paste genommen. Pass mich bei der Waffe ein. Was ich mir bei der Waffe gemerkt, ist... ...die zieht du hoch. Guck mal nach rechts, weiter. Ich habe das Kind gefunden, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur den Marktleiter finden. Da ist ein Raum mit... ...da ist ein Raum mit vier Türen. Okay, mit drei. Eins, zwei... ...drei... ...drei... ...wass auf, ich mache mal da auf. Hier. Ja. Okay, das war jetzt... ...ne Geisel. ...geert. Da war es der Marktleiter. Fuuuck. Ja, Mission komplett. Sehr gut. Aber das sind diese Sachen, die ich gemeint habe. Das muss man dann echt einschätzen teilweise, weil es wirklich schnell geht und... ...das ist nicht so hektisch. Mit Y kannst du dann abstimmen. Ja, aber nicht so schlecht trotzdem. Für sie erste Mal jetzt. Ja. Das ist ja auch zu zweit, das ist ganz anders, merke ich schon. Inwiefern? Naja, sonst bist du zu fünft unterwegs mit vier KIs. Mhm. Lass sehen, und die reagieren auch ganz anders. Nicht so lost. Nicht so, aber... ...was so oft... ...weiß ich oft nicht, wo der Gegner ist, weil es geht bum 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 bum, weißt du... ...und dann ist nur... ...Geschüsse, weil da schießt jeder. Ups. Jetzt bin ich, glaube ich, unabsichtlich ausgestiegen. Keine Ahnung. Hier Practitioner bei der Freunde und Weise. Bis zum nächsten Mal.